Herzlich Willkommen zu diesem neuen Bonuskiste Video. In diesem Video soll es um die E-Mail Affiliate Academy von Christopher Haufe gehen. Hier lernst du, wie du dir eine eigene Liste aufbaust und gewinnbringende E-Mail Kampagnen erstellst. Wahrscheinlich kennst du die Affiliate School schon von Christopher Haufe. Ich habe dazu auch ein eigenes Review Video auf dem Bonuskiste YouTube Kanal gemacht. Kannst du dir gerne ansehen. Da geht es eben darum, wie du Schritt für Schritt ein eigenes Affiliate Business, so wie Christopher das gemacht hat, für dich aufbaust. In der E-Mail Affiliate Academy geht es darum, wie du das Ganze durch E-Mail Marketing nochmal hochskalierst, nochmal großteils automatisierst. Und Christopher zeigt dir seine Methoden, mit denen er nochmal bis zu 10% mehr Provision verdient. Was es damit auf sich hat, warum das Ganze viel professioneller aufgebaut ist, als ein vergleichbarer Online-Kurs oder ähnliches, das zeige ich dir in diesem Video. Wir schauen uns an, was Christopher hier vorbereitet hat und schauen einfach mal in die E-Mail Affiliate Academy rein. Let's go! Ja, bevor es losgeht, du kannst dir die E-Mail Affiliate Academy über den Link unterhalb des Videos sichern. Bonuskiste.com slash E-Mail und bekommst zusätzlich von mir meinen Secret Hack in der Bonuskiste kostenlos dazu. Ist ein geheimer Affiliate Hack mit Videotutorial, wo ich darauf eingehe. Ist eine Strategie aus dem US-amerikanischen Raum, wie du Affiliate Marketing profitabel betreiben kannst. Ich möchte hier gar nicht zu viel verraten, sonst wäre es ja kein Secret Hack. Du bekommst in der Bonuskiste kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach die E-Mail Affiliate Academy von Christopher Haufe über den Link unterhalb des Videos. Bonuskiste.com slash E-Mail, so wie du es hier siehst. Und du bekommst meinen Secret Hack kostenlos dazu. So, hier sind wir bereits im Mitgliederbereich und hier ist die E-Mail Affiliate Academy auch schon freigeschalten. Wir schauen jetzt einfach direkt mal rein. Ich würde sagen, wir schauen auch direkt ins erste Video rein und schauen, was Christopher hier zu sagen hat. Ziel des Ganzen ist hier eine Liste aufzubauen. Das heißt, Christopher zeigt dir, wie kommst du an E-Mails, wie schickst du E-Mails raus, wie monetarisierst du das Ganze bestmöglich und wie verdienst du eben durch E-Mail Marketing dein Geld. Wie Christopher das macht von der Pike auf, von den Grundlagen bis hin zu den Live-Umsetzungen, wie er Newsletter, wie er Promotions und so weiter rausschickt, das zeigt er dir hier im Kurs. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach direkt mal ins Einführungsvideo rein und schauen, was er hier zu sagen hat. Let's go! Ja, herzlich willkommen im Kurs E-Mail Marketing für Affiliates. Ich bin Christopher, ich werde dich durch diesen Kurs begleiten und Ziel dieses Kurses ist es, dass du dir eine eigene Liste an Interessenten aufbaust und dass du einen automatisierten E-Mail-Funnel integrierst. Dazu werde ich dir verschiedene Methoden zeigen, wie du das Ganze umsetzen kannst. Das zeige ich dir anhand von Live-Beispielen, wirklich Live-Projekte von mir und das kannst du dann auf deine Projekte beziehen. Ich würde dir empfehlen, dass du dir jede Lektion einmal komplett anschaust und dann im Nachhinein auf dein Projekt beziehst. Ja, im Kurs werde ich natürlich auch verschiedene Tools benutzen. Die sind aber wirklich alle kostenlos nutzbar, dass also wirklich auch keine weiteren Kosten auf dich zukommen. Falls du dann doch noch Fragen hast, kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. Und ja, jetzt möchte ich dich nicht länger aufhalten, es geht direkt los und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Bis gleich. Ja, das hat der Christoph bereits super erklärt, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Im nächsten Video lernst du, wie du diesen Kurs nutzt. Also da erklärt dir Christoph, wie du das Ganze anwenden kannst, welche Software und Tools er verwendet, die Reihenfolge der Module, wie das Ganze aufgebaut ist und vor allem, warum das so aufgebaut ist, damit du das Ganze eben in eigenem Tempo lernen kannst. Dann geht es eben hier direkt um die Grundlageneinführung Modul 1, Grundlagen, Vorteile und Ziele im nächsten Video. Die Zustellbarkeit, wie verbesserst du die nochmal? Vielleicht hast du bereits E-Mail-Marketing betrieben, hast aber schlechte Öffnungsraten, schlechte Zustellbarkeit. Wie kannst du das verbessern? Das zeigt dir Christoph eben hier. Dann geht es im zweiten Modul um die E-Mail-Software. Welche Software verwendet Chris hier? Wie stellt er das ein und welche Software ist für welchen Anwendungszweck am besten? Komm dir darauf an, wie du deine E-Mail sammelst, wie groß deine Liste ist und so weiter. Da gibt es für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten verschiedene Best Practices, kann man sagen, die man da anwenden kann. Du bekommst hier nochmal einen E-Mail-Tool-Guide von Christoph dazu, wo dir eben die Entscheidung erleichtert wird, welche E-Mail-Tools du verwenden kannst. Einführung Modul 3. Hier geht es eben dann darum, einen E-Mail-Account zu erstellen, einen Absender einzurichten, die Datenschutz-Grundverordnung rechtssicher aufzusetzen, die Auftragsverarbeitung abzuschließen, Datenschutzerklärung zu integrieren. Also hier machst du wirklich alles so, wie es rechtlich vorgeschrieben ist, setzen die meisten im deutschsprachigen Raum gar nicht so um, wo kein Kläger, da kein Richter. Christoph macht das Ganze aber korrekt und zeigt dir eins zu eins genau das, was rechtlich notwendig ist, um das Ganze rechtssicher aufzusetzen. Listen Aufbau-Secrets. Wie baust du dir eine Liste auf? Klar, wenn du keine E-Mails hast, bringt dir auch E-Mail-Marketing nichts. Welche Tipps nutzt Christoph hier? Wie kauft er sich für einen extrem günstigen Preis Leads ein, also E-Mail-Adressen ein, die er später bespielen kann und später zu Geld machen kann? Wie das Ganze geht, das zeigt er dir hier. Listen Aufbau-Tipps, Listen Aufbau-Methoden und Beispiel und Best Practices, die bekommst du nochmal hier. Also das Ganze ist hier auf der Praxis aufgebaut, das ist ja auch eine Live-Umsetzung in dem fünften Modul, dass das Ganze, wie der Name schon sagt, live umgesetzt wird. Das heißt, hier zeigt dir Christoph von der Eintragung deines Kunden, also von einem Freebie-Offer bis hin zum schlussendlichen Kauf des Kunden, also welche E-Mail schickt er raus. All das wird dir hier live gezeigt, auf welche Seiten schickt er da, was macht er mit Rabatten und Pop-Ups, welchen Lead-Magnet nutzt er, wo nutzt er den Quiz-Funnel und wie sind da die Ergebnisse? Also all das bekommst du hier und schlussendlich, wenn du das Ganze aufgesetzt hast, geht es dann noch um die Optimierung, Checkliste vor dem Versand, was solltest du unbedingt checken, was sind in der Statistik, die du von jedem guten E-Mail-Marketing-Provider bekommst, gute Werte, die Werte im Funnel, Zustellrate nochmal erhöhen, was die wenigsten wissen, also hier habe ich nochmal extrem viel gelernt bei Zustellrate und Öffnungsrate erhöhen, hat mir auch recht viel geholfen, da kannst du nochmal an einigen Stellschrauben drehen. Die besten Versandzeiten im deutschsprachigen Raum, die werden dir hier mitgeteilt, Inhaltsoptimierung, Klickrate erhöhen, die Abmelderate reduzieren und einen Split-Test, damit du eben testen kannst, was kommt dir besser, wo klicken die Leute eh auf den Link, welche E-Mails werden eh geöffnet, das kannst du alles machen mit den richtigen Tools. Wie das geht, das zeigt dir Christoph hier. Finde ich einen extrem geilen Kurs, die E-Mail Affiliate Academy, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Du hast hier alles drinnen, was du brauchst, wenn es ums Thema E-Mail Marketing geht, von der Pike auf, ganz egal, ob du bereits eine Liste hast oder ob du noch komplett am Anfang von Null aus startest, all das hast du hier drinnen, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir den E-Mail Affiliate Kurs von Christoph Verhoffe über die Affiliate School sichern, klick dazu einfach den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com slash E-Mail. Du bekommst zusätzlich von mir meinen Secret Hack, einen geheimen Affiliate Hack mit Videotutorial in der Bonuskiste kostenlos dazu. Sichere dir diesen dazu einfach über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com slash E-Mail. Da kannst du dir die Zusammenfassung von Christoph auch nochmal ansehen, siehst, was alles drinnen ist und kannst dir da direkt ein Bild machen. Nachdem du dir das Ganze gesichert hast, vergiss nicht, mir eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com zu schreiben, damit ich weiß, wohin ich dir den Secret Hack freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Tschau. Tschau.